So Leute, jetzt wollen wir mal den Umbau testen. Dazu gehen wir mal nach draußen. So, Kamera geht auch schon. Wo sieht das jetzt aus? Motor anlaufen lassen. Funktioniert. So, dann haben wir die Sachau direkt mit Licht. Sieht gut aus. So, dann gehen wir mal an. So, dann gehen wir mal vor. Wundervaar. Das war's.